Das ist ja schon mal den ersten. Guter Aufschlag, den Rückschlag mit der guten Qualität zu spielen und holt sich hier vier Satzbälle. Also das ist überragend, was er hier spielt im ersten Satz, das muss man anerkennen. Also das weißer Patrick Franziska, diese Rückern parallel, das ist ein Traum. Zum Zungeschnalz. Oh, Franziska fokussiert hat sich Kassel, atme nochmal tief durch. Dafür zu erfahren. Ja, löst sich jetzt auch. Das war's. Das war's. Wahnsinn. Wir können natürlich so eine harten Tops für uns einsetzen. Das war jetzt umgehen und vielleicht lange anschieben in die Rückhand. Ah, jetzt viel zu lange Aufschlag von Kassel. Ja. Genau. Die Seite. Vielleicht mal ein bisschen. Schnitt wechseln. Schnitt reingeben, ja. Ja, genau. Ja, der. Wahnsinn. Sehen sich das an. Wahnsinn. Wahnsinn. Und Franziska macht das Ding zu. Klasse Tischtennis hier vom Beinakt hören. Kassel bringt aus der Halbdistanz aus der Ballongebär. Alles zurückfasst und Franziska muss da hier. Gegen Garuna spielt hier viel besser. Nur der Gegner, nur der Gegner, der spielt natürlich auch hier in Tischtennis. Was ist das? Das macht er manchmal sprachlos, was das ist. Auf. Hat der vorher so in der Mitte aufgeschlagen. Ja. Genau. Bleibt bei dem Aufschlag. Variiert mit Unterschnitt. Korkenzieher mal mit Überschnitt. Und Kassel... Nerkasel nicht tief und zeigt es auch hier wieder. Das war aber eine tolle Annahme. jetzt stark jetzt von franziska gleich jetzt diesen aufschlag durchzieht der letzte liegen franziska wird ja 18 von patrick franziska weiterhin bei dem aufschlag klar gute annahme wieder überragendes kurz kurz spiel den letzter liegen auch vom niveau natürlich taktisch alles drin aber dieses kurz kurz spiel schlägt auf macht den ball blockt super ab hat das bitter für den tdc klar weil die enttäuschung ist da du hast du hast